Nr Servus Leute, ich bin euer Checker und ihr seht Rage Gaming Official Heute mit einem neuen Kommentar, aber kein Hintergrund Gameplay NEIN! Ihr denkt euch jetzt bestimmt... Scheiße! Sehen wir die ganze Zeit nur ein Bild. Ich füge noch ein Bild ein, nur so zur Information. Aber, wie jetzt schon in der Überschrift im Titel, ich seh ja jetzt nicht mehr oben die Überschrift, die ist jetzt in der unteren Video. Sagen wir Titel, im Titel gelesen habt, die Telekom und ihre Drosselung jetzt so. What the fuck hat sich die Telekom dabei nur gedacht. Das ist ein Rückschritt ins Steinzeit, Alter. What the fuck. Zur Zeit ist grad übelster Shitstorm auf Facebook und allen Sachen los. Und die Bundesregierung und die Netzagentur, die Wettbewerbsnetzagentur oder Wettbewerbsagentur, keine Ahnung wie die heißt, hat sich schon eingeklinkt, Beschreibung dazu in der... Äh, ich mein Quelle. Dazu in der Beschreibung, Leute. Und, nein. Was hat sich die Telekom dabei nur gedacht? Jahrelang versauen sie es, den Breitbandanschluss in Deutschland auszubauen. Und jetzt ist es so ein Scheiß, dass... Nein, das... What the fuck. Sie schaffen damit eine Klassengesellschaft. Sprich, wenn du jetzt 16.000 hast und Neukunde bist bei der Telekom und dann auf 75 GB gedrosselt wirst, würdest du dir das sagen, hm, komm ich wechsle lieber auf 200 MB, da hab ich 450 GB Datenvolumen. Würde ja eigentlich jeder machen, so logischerweise. Jetzt kommt der Knu. Du hast aber keine 200.000er Leitungen, sondern eine 16.000er Leitungen. Somit bist du gezwungen, diese Flatrate zu nehmen. Die Telekom verliert zur Zeit steigend Kunden. Und, meiner Meinung nach, hat sie es nicht besser verdient. Wer auf so eine Idee gekommen ist, ey, da war ein Intelligenzbolzen am Werk, der keinen Plan hatte. Keinen Plan, der für nichts einen Plan hatte, meiner Meinung nach. Ich freu mich auch, dass viele Kunden schon längst gekündigt haben. Und viele noch kündigen werden. Und wenn dies durchkommt, wird die Telekom nicht viele neue Kunden bekommen in den nächsten Jahrhunderten. Falls das Unternehmen überhaupt so lange besteht. Wenn es nicht schon nächstes Jahr insolvent anmelden muss. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass Philipp Rösler und die Anja, weiß ich nicht wie sie mit Nachnamen heißt, sich damit schon eingeklinkt haben. Und Druck machen, Druck ausüben, aber auch die Bevölkerung. Und ich meine, wir sind alle betroffen eigentlich, wenn wir bei der Telekom sind und Neukunde sein wollen. Und das wird ja bestimmt nicht nur für Neukunden bleiben, weil das ergibt ja keinen Sinn. Wenn jetzt der Datentrafficverkehr, also der Datenverkehr in Deutschland schon so extrem angeblich ist, dass die Telekom so etwas einführen muss, bringt das ja nichts. Denn die Hardcore-Internetnutzer oder überhaupt die ganzen Internetnutzer, die es davor schon gab bei der Telekom, die werden ja nicht auf einen Flatrate-Vertrag von denen jetzt umsteigen auf den neuen. Weil das ist ja dann, das ist rechtswidrig, wenn die Telekom das so machen würde, wenn die jetzt die neuen Verträge in die alten Verträge einbauen würde. Und das hat doch gar keinen logischen Sinn. Ich meine, what the fuck? Angenommen, du bist angemeldet bei der Telekom. Ein Provider sieht Telekom. So, und du downloadest in der Woche, ja, du downloadest legal, weil du die Kohle hast, downloadest du da einfach mal jede Woche drei, fünf Spiele bei Steam und Origin oder Uplay oder so. Und die fassen alle so 50 Gigabyte die Woche. So. Du bist auch schon lange, Jahre, Jahre lang Kunde bei der Telekom. Dann kommt die Telekom mit so einer Aktion, die Flatrates. Und dich betrifft es aber nicht, weil du jahrelang schon Kunde bist. Was hat das für einen Sinn? Telekom, was hat das für einen Sinn? Damit geht das nicht zu Ende. Außerdem ist das, die tun ja regelrecht so, als ob das Internet eine begrenzte Ressource wäre, ein begrenzter Rohstoff. Das Internet ist unendlich vorhanden. Und das ergibt doch gar keinen Sinn. Die verlieren die Neukunden. Sie verlieren auch haufmäßig ehemaligen Kunden jetzt. Mit der Aktion. Sie werden auch keine Neukunden dazu gewinnen mit so einer Aktion. Und ich hoffe doch, dass andere Provider jetzt einen riesen Hype bekommen, als sie diesen Scheiß nicht machen wie die Telekom. Und die Telekom sehr, sehr, sehr viele Kunden verliert und sehr viel Geld mies macht. Ich hoffe es einfach nur. Weil wenn so eine Schnapsidee wirklich jetzt noch standhaft hier verteidigt wird von der Telekom. Das ist ja unglaublich. Nein. Mir fehlen die Worte. Ich schreibe euch alle Quellen und so, die ich bis jetzt gefunden habe, beziehungsweise die am wichtigsten empfanden. Und die Petition in die Beschreibung, Leute. Lasst euch in den Kommentaren über die Telekom darüber aus. Und ich sag nur, Internet, do your thing. Bis dahin, Leute. Cheerio.